Unser Held, der die Wächter der Türme bezwungen hatte, saß nun darin fest. Vielleicht gefangen für den Rest seines unausweichlich kurzen Lebens. Ich werde das hier überleben. Nur um euch zu ärgern. Komm nicht näher! Ich bin Manninen, der Wächter dieses Turms, und ihr seid hier nicht willkommen. Ich gebe euch nur eine Gelegenheit, noch umzukehren. Vorbei kommt ihr nicht. Das hört sich irgendwie bekannt an. Seht mal, selbst wenn ich umkehren wollte, was ich nicht will, es gibt keinen Weg nach draußen. Ich kann genauso gut einfach weitergehen. Ich habe euch gewarnt. Die Logik immer... Aha, okay. Spielen wir wieder mit Fallen. Trotzdem sind wir nicht, ne? Okay. Ich habe ein paar Wochen nach unten gebrochen. Ihr Wetter ist hier! Ja, hau! Ja, hau! Ja, hau! Das war's für heute. 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 Da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber wir gucken mal. Okay, ich muss wissen, was die Zauberer macht, weil sonst packe ich sie wieder weg. Das war's für heute. Ähm... Leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen. Und das war's für heute. Und das Leuchtvermögen. Oder so. Haben wir jetzt... Haben wir jetzt... Also das Spiel schneller lernen. Dann holen wir uns kurz das Spiel neu. Okay. Passiert. Das war's für heute. Das war's für heute. Und das war's für heute. Und das war's für heute. Ja bitte. Ich werde euch verzaubern. Ja. Dann sind die Sounds wieder. Ist sehr gut. Dann können wir weiter machen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Salma! Das war's für heute. Das war's für heute. Abracadabra! Oh, mit Aufzug! Sehr schön. Was ist das für eine Magie? Okay. Ja. Ja. Okay. Dann muss das alles. Äh, warte mal. Dann, ähm... Ja, da muss ich dann... Da muss ich dann... Luke zünden. Das macht ja sonst keinen Sinn. Was ist das hier, Bro? So. So. Äh... Ja, das macht ja... Ja. 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 Ja, ja. Ja, ne. Ja, ne. Ja. Ja. Da müssen wir raus aus dem Gang Und hier bekommen wir ja nur dauernd ein Geschenk Was? Oh, wir sehen Was ist denn in der Bastur? Ähm... Bastur? Ich hab keine Ahnung Einhandschwert? Das ist auf jeden Fall dieses Schwert, das wir gekauft haben, oder? Können wir auch mal ausprobieren Oh, das ist... Ich hab keine Ahnung 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 Wie immer der falsche Weg Sch examined maneira Über die mente Keine Ahnung Wir Authentik und sind Okay, okay. Okay, okay. Was? Ist die Dinger schaden, was hier? Das ist ja nicht normal. Ich will jetzt einen zuschreißen. Ich muss ihn wel, was hier ist die Dinger. Das ganze ist ein kleiner Loot-Dämon, quasi der immer deine Beute aufsammt. Je stärker der Barde ist, desto mehr Schaden kann er mit Nahkampfwaffen anrichten. Na? Angriff! Oh, Zauber! Ah, cool. Jetzt weiß die dann gleich noch ein bisschen was. Das ist geil, die Schwerte geben halt auch so Sterbe-Geräusche von mir, dass du wenigstens ein bisschen checkst, dass sie down sind. Haha, lustig. Na? Nein. Oh, der war schon wieder, ne? Oh, läuft doch. Ah! Du kommst noch richtig hier aus, sicher das. Attacke! Bezaubernd! Angriff! Bezaubernd! ... ... ... Der Weg ist versperrt. Irgendeine Kiste, die Belohnung für den weiten, weiten Weg, den wir schon gegangen sind, nö, wie so auch, Turm Stufe 3. Ihr seid gegrüßt und herzlich willkommen, das Badenruf hat vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss, ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid, wenn's schief klingt, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, ich weiß, was soll ich nur tun, wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm. Glaubt mir ruhig schon viel, was wir getan. Gebracht kann es nichts, drum ein Leben ich schon haben. Und falls ihr es bisher echt auskackt und habt, dann gehört euch Respekt und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr. Schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.